Hallo zusammen und es geht mal wieder in einen PSA-Return rein. Einige schöne Karten, vor allem hier müssten auch ein paar Autogramme mit dabei sein. Ist ja auch immer ein ganzes Highlight, also die Autogramme sind diesmal auch mitgegredet. Deswegen schauen wir uns mal die guten Stücke an. Wie man gleich hier erkennen kann, geht es heute hauptsächlich um Basketball und Fußball. Und da bin ich dann schon mal sehr gespannt, was wir für Grades bekommen haben. Hoffentlich sind einige gute 10er dabei. Kommen wir hier an. Das ist eine Yannis Recon. Ich glaube, das ist eine Holo Purple. Genau, schönes Ding, nehme ich. Auch gut nummeriert, man erkennt es hier. Zu 49. Sehr, sehr schöne Karte. Und gleich mal ein bisschen Bruch erlitten. Leider nur eine 8. Das ist halt bei diesen dickeren Karten, wie man hier erkennen kann, nicht immer ein Problem. Also Yannis nur eine 8 abgestaubt. Oh, dann kommen wir hier gleich zu einem dicken Fisch. Nämlich Topps Museum Collection. Double Auto. Bezogen beim Fabi Gaming Couch. Wie man sieht, zweimal Autogramm, zweimal Patch. Da schauen wir noch mal. Beides einen neuen bekommen. Karten und Autos. Sehr, sehr schönes Ding. Obwohl es jetzt nicht die Kracherspieler sind, aber das ist schon eine sehr coole Karte. Dann gehen wir weiter. Living Legend, Thomas Müller, auch Topps Museum Collection. Die ist zu 25, Jersey Number. Also die 7 von 25. Da ist eine Ruby. Und die hat einen neuen bekommen. Nimm gerne mit. Bei einem guten Thomas. Nächste Karte ist Jalen Green. Ich glaube das ist das Airs to the Throne oder so. Genau. Airs to the Throne. Aus Crown Royal. Der Jersey Patch. Von einem sehr guten Rookie. hat auch einen neuen bekommen. Also echt schöne Karte hier mit diesem Dye Cut. Super Ding. Das ist auch kein PSA oder irgendein Grading Return ohne einen Gavi. Oder ohne einen Petri. Deswegen hier haben wir Gavi aus Inception. Das ist die Succession Karte. Und Numbart aber trotzdem natürlich hier Rookie. Schöne Karte. Und dafür gibt es eine 10. Aber das ist aus Inception auch nicht so so einfach. Schöne Karte. Dann gehen wir weiter mit Ryan Gravenberg. Auch Topps Museum. Cool Numbart. Schönes Autogramm zu 75. Schauen wir mal was wir gekriegt haben. Karte 9. Autogramm. Eine 10. Nehme ich mit. Schönes Ding. Dann eine NLFL Karte. Kann ich mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Okay. Das war der von den Patriots. Rookie Stevenson. Rookie Ticket. Ist die irgendwie numbered? Ne. Ganz normal. Sprays Autogramm. Was haben wir bekommen? Oh. Nur eine 7. Autogramm. Eine 9. Okay. Contenders Optik. Ordentlicher Schiffbruch. Oh. Dann hier eine. Mit der habe ich lange zu reden gewartet. Das ist ähm. Man sagt schon. Ja genau. Eine Pearl. 49. Roberto Carlos. Und hat bekommen 9 und 10. Ja. Das ist Autogramm kleine 10. Aber für eine Pearl. Für so eine bige Karte. Ist eine 9 auch okay. Hängt man mit. Dann Camavinga. Ja sehr coole Karte. Es ist nämlich so ein Jumbo Patch. Das ist noch der Sticker aus seiner Rennzeit. Und die ist zu 150. 59 zu 150. Und die Double 9. Und die Double 9. Oh. Schöne Karte. Auf einem Haufen Landscape Format. Sehr coole Karte. Genau. Der obligatorische P3 darf nicht fehlen. Ich glaube das ist genau Simplicidad. Zu 25 P3 Autogramm. Das war auch das erste P3 Autogramm. Das war auch das erste P3 Autogramm. Ich habe das Jumbo bekommen habe. 2 x 9. Das schwarz-weiße ist schon ganz coole. Die Neu-Magie ist auch gut. Dann noch ein Roberto Carlos. Das ist aus Chronicles. 299. Genau. Noir. Und die hat nur eine 8 bekommen. Und das Autogramm eine 9. Also war sehr gemischt. Also wir haben eigentlich nur eine 10 bekommen. Hier den guten Gabi. Und das war natürlich dann hier Slowlight. Mr. Stevenson nur eine 7 bekommen. Okay aber muss es halt auch immer gehen. Kann nicht immer nur 10er geben. Also wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo dran. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Los. Tschüss. Tschüss. Check den BACKM Bayern. någonting ka�infektuladen. We will sehen uns weiter. cknow...